hallo liebe leute und herzlich willkommen es ist endlich wieder top 13 zeit bei mir und ihr habt ja sicherlich die beiden anderen videos schon gesehen die top 13 seltsamsten artikel aus lootboxen 2023 und die top 13 fails der lootboxen im jahre 2023 ja habt ihr schon wenn nicht holt das bitte mal nach da oben da findet ihr zumindest das eine video und das führt euch dann zum nächsten und dann könnt ihr das hier schauen das ist nämlich eigentlich der abschluss der dritte part sozusagen mit den top 13 besten artikeln aus lootboxen 2023 und dieses jahr war es tatsächlich so dass ich durchaus mehr als 13 artikel hätte auf diese liste setzen können es hätten auch 18 19 20 artikel sein können ich bin gespannt was ihr von meiner auswahl haltet natürlich ist sie unheimlich subjektiv kann sein dass ihr völlig andere artikel auf eure top liste gesetzt hättet ja da gab es keine umfragen das ist einfach nur komplett meine meinung ja und wir reden gar nicht lange legen wir direkt mal los platz 13 aus der loot chest im oktober das asylum flucht aus der anstalt spiel ja das bei mir leider ein bisschen gelitten hat durch den versand aber es ist und bleibt etwas besonderes es ist ein rätsel spiel in karten form für ein bis vier spieler und ich mag solche spiele aber wir haben hier halt jede menge karten mit dabei mit verschiedenen sachen die da so drauf stehen ich weiß gar nicht was das hier ist das sind alles so karten mit so kleinen türen und auf der rückseite steht halt flur eins flur zwei flur drei hier sind karten mit irgendwelchen rätseln drauf da hast du dann hier die geschichten da könnt ihr das sehen also und noch eine anleitung und ein buch mit informationen und verschiedenen rätseln wie auch immer so wie mal ein rätselspiel ein bis vier spieler und das kann dann schon was ich finde auch die verpackung ganz gut gestaltet auch wenn meine tatsächlich schon gefühlt auch immer aus der anstalt entkommen ist einfach ja ja sowas ist cool ich finde sowas besonders und dementsprechend hat es seinen platz hier auf der liste auf jeden fall verdient platz 12 aus der get digital im dezember eine der niedlichsten und flauschigsten überraschung dieses jahr der wunderbare nüffler ja der ist wirklich weich und flauschig er ist wirklich toll es ist ein wahnsinnig wunderschönes gefühl sich da rein zu kuscheln also ein ganz ganz großartiger artikel damit habe ich nicht gerechnet dass das jahr noch mit so einem knall endet und sowas tolles noch mit raus ballert der musste hier einfach mit drauf auf die liste also ganz ganz toll ganz ganz großartig hervorragend gemacht get digital und jeder der dieses upgrade nicht bestellt hat der wird sich hoffentlich ärgern ja also finde ich einen der schönsten artikel dieses jahr und dann auch so ein riesen teil großartig ganz ganz großartig musste hier definitiv mit auf die liste der kollege ganz ganz toll platz 11 aus der kings loot game legend box vom november ja ich weiß auch dieser artikel ist eigentlich aus dem letzten jahr aber wir haben diese box erst im januar bekommen dementsprechend zählt es für dieses jahr weil auch diesen artikel würde ich zum beispiel nicht nicht berücksichtigen wollen wäre der letztes jahr erschienen hätte der letztes jahr die liste garantiert ziemlich gut angeführt ja zumindest irgendwie einen der obersten plätze und deswegen ist er jetzt dieses jahr mit dabei und ich finde das ding total geil ich habe natürlich das pech dass meiner hier so ein bisschen beschädigt ist aber das ist eh so eine auspacker figur auspacken angucken sich darüber freuen dementsprechend gar kein problem eine wahnsinnig tolle figur meganoop der wunderbare org aus dem warhammer 40k universum ich feiere den total der hat auch schöne zugehör sachen mit dabei hier auf der rückseite könnt ihr das sehen wenn man dann seinen kiefer noch angebracht hat also diese figur nicht auf diese liste zu nehmen nur weil sie eigentlich technisch gesehen aus dem letzten jahr stammt wäre ja das kann es nicht bringen deswegen die musste hier nur drauf ganz eindeutig platz 10 aus der kings loot legend box vom dezember 2022 ja ich weiß faltes jahr aber die kam halt erst 2023 deswegen auf dieser liste mit dabei einfach mal eine marvel select figur wie krass ist das bitte das war natürlich der legend artikel keine frage ja was soll man sagen aber das ist mega geil es ist einfach mal der stealth iron man mit so einer coolen base hier und dann dieser iron man einfach in dieser blauen farbe der sieht richtig gut aus und sowas feiere ich dann natürlich auch immer extremst ab da bleibt gar keine andere wahl als den hier mit auf die liste zu nehmen ein wahnsinnig geiles teil feiere ich feiere ich sondergleichen hätte ich auch nicht damit gerechnet dass wir einer loot box mal eine marvel select figur drin haben absoluter wahnsinn platz 9 ihr wisst ich liebe actionfiguren und wenn es dann noch so eine coole actionfigur ist zu jinx von league of legends dann war das klar dass das hier auf dieser liste landen musste aus der loot chest im februar ist diese wunderbare figur von spin master ja es ist so knapp 4 inch figur 4 zoll figur das heißt sie hat so ein bisschen auch wieder so eine zwischengröße aber das macht nichts sie ist wirklich schick gestaltet sie hat coole waffen mit dabei und wenn es dann schon mal eine actionfigur gibt ja ich weiß hier sind noch viele andere actionfiguren mit auf der liste ist es irgendwie gefühlt jedes mal so aber das ist halt nur mein fable ich mag das und ich freue mich wenn sowas in den loot boxen drin ist weil das ist wirklich was was ich mir hinstellen kann wo ich mich dann drüber freue und dementsprechend war das ganz ganz klar dass diese jinx hier mit auf der liste landen musste wäre es allerdings nicht jinx gewesen sondern ein anderer charakter es war nämlich möglich dass man auch andere charaktere hätte kriegen können dann wäre diese figur hier nicht auf der liste gelandet es ist explizit weil es jinx ist was ich den coolsten charakter überhaupt finden aber so war das eine eindeutige geschichte platz acht die ursula die stage figur von beast kingdom das ding ist der absolute hammer schaut euch das an ich habe sie jetzt hier in der verpackung noch eine wahnsinnig schön gemachte figur und hier auf der rückseite ich packe jetzt nicht extra noch mal aus dafür könnt ihr das sehen hier die rückseite dieser figur das sieht so aus als wäre das das märchenbuch von the little mermaid und die figur selber ist dann einfach wunderschön gemacht mit den beiden muränen ich finde das teil ist halt einfach ein absolutes jahres highlight und eigentlich hätte das in die letzte top 13 gehört weil es natürlich aus dem november 22 von der kings loot legend box ist aber da diese box erst im januar bei mir ankam zählt das so habe ich am anfang aber sicherlich auch schon mal gesagt das zählt auf jeden fall weil die box kam jetzt erst bei den kunden im januar an dementsprechend passt die in dieses jahr und diesen artikel nicht auf diese liste zu setzen wäre einfach ein frevel deswegen ganz klar auf dieser liste platziert muss sein mega geiles teil feiere ich total platz sieben aus der get digital im januar das war der upgrade artikel und ihr wisst sobald irgendwo eine figur drin ist finde ich das super ich mag halt einfach figuren ja und dementsprechend war das zu erwarten dass das hier als highlight eindeutig mit auf diese liste musste ich finde den artikel super es ist halt so eine richtig coole super gemachte figur also vom vom mold her ist die einfach toll und ja das hat mich einfach überzeugt ich mag das wenn du so coole figuren hast mit einer coolen optik ich mein klar der könnte jetzt noch eine kettensäge in der hand halten oder irgendwas anderes ja aber aber nö schön simpel toll bemalt tolles gesicht er ist ein model unter den gremlins und er hat die haare schön dementsprechend ich fand den super und habe den sehr sehr abgefeiert und für gremlins fans auf jeden fall ein absolutes highlight des jahres und da ich gremlins fan bin für mich natürlich auch ein absolutes highlight des jahres platz sechs aus der kings loot von februar oder april horror box wohlgemerkt ja die kam zusammen in einer das das wurde so zusammen ausgeliefert als doppel box dementsprechend ist das nicht ganz klar aus welcher box jetzt das hier das legend upgrade ist aber entweder aus der februar oder april box von der horror box haben wir hier von mini epic sweeter workshop diesen wunderbaren slimer aus ghostbusters ist eine richtig krasse coole figur ich finde den super ich habe den tatsächlich auch hier schon im regal stehen deswegen bleibt der halt so im karton wie er ist geiles teil für mich absolut ein highlight ja natürlich hätte ich mich noch mehr gefreut wenn ich die figur nicht schon gehabt hätte aber das ding ist absolut genial und finde ich mega was für ein highlight solche sachen würde ich mir häufiger in boxen wünschen ist natürlich legend upgrade dementsprechend wird es nicht jeder bekommen haben ja und es ist natürlich dann auch immer eine geldfrage ob man sich die legend box holt aber bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen die artikel aus der legend box sind es fast immer wert und da seht ihr ja auch den ein oder anderen hier auf dieser liste und der muss halt auch mit dazu ganz klares jahres highlight platz fünf die macht war stark mit der dezember horror box 2022 die erst im jahre 20 23 rausgekommen ist und deswegen auch hier auf dieser aktuellen liste mit drauf ist weil ich den artikel eben erst 2023 gelootet habe es handelt sich hierbei um eine mini epic figur und das ist allein schon mega geil ja sowas zu haben ist natürlich legend upgrade aus der horror box vom dezember von kings loot und ich muss ganz ehrlich sagen das ding ist der absolute wahnsinn ich liebe diese gremlins figuren ich finde die total toll und dass ich diesen stripe jetzt endlich besitze ist für mich der absolute wahnsinn ich freue mich da total und das ist auch einer der also für mich ein absolutes jahres highlight kannst du sagen was du willst das ding ist der absolute wahnsinn und da freue ich mich so derbe drüber der steht wahrscheinlich auch schon seit einer ganzen weile im regal dass ihr den sehen könnt finde ich mega 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 also was für eine tolle figur und das macht es doch allemal wert auch so ein legend upgrade mal zu holen finde ich und wenn es also wenn es dann sowas ist das feiere ich einfach absolut für mich ein mega jahres highlight absolut geil total cool das musste hier auf die liste klar keine frage platz vier die time machine aus back to the future aus der loot chest im februar ein wirklich schönes gefährt es ist eine die cast geschichte das heißt das besteht aus metall sowas finde ich immer sehr sehr schön ist es sehr schön detailliert und weiß mir persönlich sehr gut zu gefallen vom maßstab her ist das ganze ding etwas größer als die typischen fahrzeuge die man von anderen anbietern findet ja oder auch kleiner als eben die großen modelle also ein bisschen so eine mischgröße finde ich aber nicht schlecht mir persönlich gefällt das sehr sehr gut und ich feiere dass das dieses back to the future item in der loot chest war das hat mir unheimlich gut gefallen deswegen musste das natürlich auch mit auf diese liste keine frage platz drei dass die dinger hier auf der liste sind das hat wahrscheinlich niemand bezweifelt natürlich aus der get digital im august die binary bots roboter zum zusammenbauen einfach genial das ist irgendwie ein teil das man braucht um die irgendwie zum laufen zu kriegen glaube ich zumindest und dann haben wir hier wunderbar einmal einen törtel ein tortoise und einmal eine krabbe ja wunderbar schildkröte und einmal die krosse krabbe finde ich ziemlich geil das ist was besonderes so was gab es noch in keiner loot box bis jetzt klar diese kleinen mini droiden gab es mal die sind diese fischer ihr kennt die hat die so nach vorne zittern das gab es auch schon mal aber das hier war natürlich was ganz besonderes so do it yourself roboter ist natürlich mega geil gab es natürlich aber auch nur als upgrade das heißt das ist wieder mal was was wahrscheinlich nicht jeder bekommen hat weil man sich denkt interessiert mich das brauche ich das ich feiere das total obwohl ich jetzt diese dinger hier nicht aufgebaut habe aber trotzdem finde ich es mega mega geil dass sowas in den loot boxen drin ist ich freue mich immer wenn neue artikel drin sind die wir so noch nicht gesehen haben und die dann auch noch so kreativ sind wie diese das ist immer eine feine sache deswegen ganz klar hier auf dieser liste platz zwei nerd das quiz spiel aus der get digital im april ja das ist mal was richtig cool ist aber ich muss ganz ehrlich sagen ich finde es krass wie schwer hier manche fragen sind weil das ist teilweise echt schon also ich bezeichne mich selber als nerd und trotzdem habe ich viele von den fragen die ich jetzt hier so oben auflesen konnte nicht wirklich richtig beantworten können denn es ist wirklich nicht so einfach wer erfand die romanfigur scherlock holmes nenne vor und zunahme da sagt ihr natürlich ganz klar sir arthur conan doyle das ist aber nicht ganz richtig wenn man hier nach dieser karte geht denn der hieß sir arthur ignatius conan doyle jetzt ist die frage ob ihr das gelten lasst wenn jemand nur sagt sir arthur conan doyle weil das ist allgemein bekannt aber dass da noch ignatius dazwischen gehört das wusste ich nicht und ich wette das wusste die meisten von euch auch nicht denn so stand das auch gefühlt nie irgendwo auf einem der romane drauf ja und wird auch ganz allgemein nicht so verwendet das heißt also der super nerd weiß das vielleicht aber der normale nerd und zudem zähle ich mich eigentlich auch wohl ich bin eigentlich auch schon ein ziemlich heftiger nerd in vielerleitigen deswegen also ich finde schon krass dass hier aber trotzdem ein geiles item für mich eindeutig ein absolutes jahres highlight ganz ganz klar platz eins aus der kings loot legend box vom februar oder april das ist nicht so ganz klar es war so eine doppel box die kam in einem zusammen haben wir hier von den universal monsters von neka die mami boris kahloff als die mumie und das ist eindeutig ein absolutes jahres highlight der absolute wahnsinn wir haben hier schon vor einer weile den frankenstein bekommen also frankensteins monster natürlich auch boris kahloff und jetzt haben wir hier noch die mumie mit dazu ist ein legend upgrade natürlich in dem fall ist die box da nicht ganz günstig aber ich habe es gelootet dementsprechend kommt hier mit auf die liste ein jahres highlight definitiv und wer das ding verpasst hat hat der hat sich die hoffentlich so schon mal gekauft weil das ist ist es auf jeden fall absolut wert geiles teil und das waren die 13 coolsten besten fantastischsten artikel im jahre 20 23 in loot boxen die ich selbst gelootet habe und ich hoffe ihr hattet sehr viel spaß mit diesen listen und auch an dieser stelle möchte ich mich noch einmal bei den loot boxen anbietern bedanken es ist wie immer ein schönes jahr mit euch gewesen und ich hoffe dass wir das nächste jahr auch wieder fortsetzen können ja und ich freue mich dass so viele tolle artikel in den loot boxen drin waren weil das macht immer richtig viel spaß ja und für euch hoffe ich dass ihr auch sehr viel spaß damit hattet dass ihr das ähnlich seht wie ich wenn nicht könnt ihr mir das gerne in die kommentare schreiben wenn ja könnt ihr mir das auch gerne in die kommentare schreiben lasst uns das jahr ausklingen lassen mit ein wenig kommunikation und wenn ihr es im neuen jahr seht dann könnt ihr das genauso handhaben denn ich antworte natürlich auf jeden kommentar doch und ich würde mich freuen wenn ihr mir mal ein abo da lasst wenn ihr die benachrichtigungsglocke drückt wenn ihr gerne wieder anschaltet und den daumen nicht vergessen ja und dann hoffe ich dass ich nächstes jahr beziehungsweise je nachdem wann ihr es schaut kommt ja hier kurz vor jahres ende raus dieses video dass ich es schaffe mehr top 13 listen zu machen über loot boxen ja sowieso ich hoffe dass alle loot boxen nächstes jahr noch da sind dass man da auch weiterhin solche listen machen kann und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere top 13 liste die es wieder schafft auf meinen kanal zu kommen denn ich mag das format unheimlich gerne nur ja es war einfach so prall gefüllt alles dass ich da einfach die top 13 immer wieder nach hinten verschieben musste und deswegen kam jetzt nichts aber diese drei listen die ihr jetzt hier habt sind natürlich die müssen da sein ja und ich weiß ihr freut euch immer ganz ganz doll drauf und ich freue mich auch immer ganz ganz doll drauf und schreibt mir auch gerne in die kommentare ob es euch gefallen hat wie ich das dieses jahr gedreht habe denn ich habe es ja ein bisschen anders gemacht als sonst ja ich habe die meisten artikel alle direkt nachdem ich die sachen gelootet habe für die top 13 vorbereitet und habe dann immer direkt die sachen gedreht und nicht erst zum jahres ende alles weil mir ist halt aufgefallen dass ich immer mehr bilder eingeblendet habe in den letzten jahren der top 13 listen und die sachen gar nicht mehr da hatte und das fand ich irgendwie auch blöd und ich wollte die artikel halt auch immer noch zeigen und dementsprechend da ich das nicht alles das ganze jahr über hier rum liegen lassen wollte habe ich das dieses jahr ein bisschen anders gemacht und ich hoffe das hat euch auch so gefallen und wenn ja dann könnt ihr das auch gerne mal in die kommentare schreiben würde mich sehr sehr freuen und dann sehen wir uns wir sehen uns im nächsten jahr oder falls es das neue jahr schon ist wir sehen uns nächste woche gehabt euch wohl bis zum nächsten mal tschüss was ist das ende vom video da oben da gibt es ein video von mike das könnt ihr euch angucken da unten ist eine playlist da könnt ihr auch mal reinschauen und da drüben ja da sind so ein paar andere kanäle zum abonnieren ja das war es jetzt tschüss